Nö, nicht mehr. Alter, ich hab so krassen Drift, ey. Jetzt erstmal ein Finisher hier, der hat eine kleine Clown, ey. Ich denke, der ist tot hier. Was ist denn mit dem? Der ist ja immer noch da. Ein anderer, man. Ei, 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 da laubt er sich, sag mal. Wasser laubens zu uns. Wasser laubens zu uns. Wasser laubens. Den Kill ist schon eine gute Runde, ja. Wasser wartet, ja, auf jeden Fall weiter. Putsch dich, Putsch dich, Robert. Mal heiß laufen wie Russell, ja. Ein Lieblingsbasketballer. Ja? Russell. Wo war sein Lieblingsbasketballer? R.W. Null. Der Punkt der Null assist. Null Reborns. Null Titel vor allem, wie ich sagen bei ihm. Ich weiß nicht, nur Ringe gewonnen. Ich weiß nicht, nur so was wie MVP, so ein Pissen oder so. Na ja, gut. Die haben mir wehren lassen. Blödsinn. Das war mal der wertvollste Spieler angeblich der Saison, wobei dann durchs Drittel-Double der macht. Ja, ich stelle die Turb-Double-Double hat er. Sein Ego ist schon. So, egal. Ne, deswegen kriegt man auch schlechte Laune, wenn man an ihn denkt. Ja, schon den Daumen. Okay, Hasley, der alt ist. Okay, Hasley muss man wirklich mal sagen. Wir sind live hier, Jungs. Ja. Ich kann ja mal sagen, Alter. Das ist ja irgendwie. Ich kann ja mal sagen dürfen, ey. Du wirst nicht mal sagen dürfen. Nää. Ich geh jetzt hier durch und sterben in der Hütte. Wir sind ja bestimmt schon dran, oder? Da ist ja kein Shop oder irgendwas, was? Wo bist du? Achso, da bist du. Gibt's hier keine Shops mehr? Toll. So, gerade geht's mehr mehr. Haben sie auch rausgenommen, erst mal aus beiden Balance gründen. Ja. Das war eigentlich mal ne richtige Entscheidung. Ja. Dafür kannst du einfach zu viel Bombendrohnen kaufen am Shop. Naja. Das ist geil. Hier ist nochmal selbst wieder im Leben. Alter hat die Hütten, das ist das Prinzip. Da gibt's Unbildgrenze, Bombendrohnen. Die füllen sich immer wieder automatisch mit auffüllen. Ja. Ja, ne, okay. Der Shop hat das Perp. Ja, siehst du manchmal kommen auch echt geile Sache raus. Ich hab heute noch zum Shop gesagt. Oh, so ein langer Kommentar von Niklaschen. Kann ich gar nicht so schnell lesen hier. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, trotzdem. Pass ein Like und ein Abo, oder? Genau. Hat er bestimmt schon gemacht. Schreibt's gerne in die Kommis. 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 Reicht nicht das Geld. Hat er immer, hat er gesagt. Das ist doch gut. Achso. Der ist da wieder in der Traumwelt. Was machst du denn jetzt hier noch? Der muss so wenig wo rein. Ey, was war denn das jetzt? Na, was wir haben, haben wir. Ja. Was wir haben, haben wir. Ja, was wir haben, haben wir. Drohne geht an. Der ist ja hinter uns gelandet, der Affe. Guckt euch das an, der kommt gleich aus dem Gas raus. Der will's echt wissen. Doch, da läuft er doch. Ja, ich hab den Kill bekommen. Sehr gut. What? Meine Ahnung. Alter, er gibt den neuen Down. Ja, ist egal. Nee, quatert. Ist egal, das spielt keine Rolle, wer den da hat. Ja. Oh, Alter. Ich hab den geholt. Jetzt sind die da oben am Shop, alle, Mann. Was auf die sind da oben am Shop. Ja, oben am Shop. Drop, 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 drop. E-Tag. Wir kommen leider hier nicht höher. Nein. Oh, schöne Lacks wieder. Oh, schöne Lacks wieder. Na mal. Geh da mal hin und versuch mal. Nee, obwohl. Fim. Das leckt doch schon wieder hier, oder? Das ist schon wieder nix. Okay, gut. Ammo break. Enten landet mal inner, der wird. Hat das mit dem Prezi, Alter. Kommt aus Nowhere hier im Prezi wieder. Einfach mal so. Nowhere to go. Ich bin auch ein dummer Spaß und renne dem auch komplett hinterher anstatt ich echt. Da da mit am Job, Robert. Ja, unten an dem Haus beleben sie auch gerade wieder an meinem Job noch. Ja, da kommt der Zug wieder hier ran. Ja, genau. Eher so, ja, von da. Genau. Genau. Geh zu damit. Versuch dazu, er unten. Die A10. Aufrägt. Sauber. Hey, wo ist denn der Drop? A10 ist geil, ja. Die A10. Kennt die einer von euch? A10? A10. Nee, nicht A10. A10, die Waffe. Oder die Autobahn. Kann das sein. Naja, die kann ja gar nicht mehr Waffe sein. Also nüch. Irgendwie hat kein Bild davon. A10 sagt mir auch nicht. Dann bist du noch genau. Flugzeug A10. Ach so, ja. Flugzeug Fanatiker. Oh, da oben. Genau. Ich hab ihn getroffen. Kann ein bisschen vorpushen. Ganz schön weit weg. Ach so, der Gegner, ja. Stimmt. Naja. Da fahren wir hier. Überall Gegner kommen, ne? Wollen wir hier in den Tunnel rennen? Hier ist ein Tunnel in den Berg da, ne? In der Tunnel. Hier geht's noch weiter runter. Ich hab mal hier in den Scheiß-Bummis raus, ey. Ah, jetzt kommt die Drohne. Ach so, Geist. Bei uns. Mann, meine Schotterne ist noch bis aufgedauert. Mann, meine Schotterne ist noch bis aufgedauert, will ich. Das ist für uns jetzt. Nachabicin, aber K.O. da tatsächlich. Mann, er ist so gut mit euch eigengestellt. Der Typ ist down, aber ich hole dich jetzt erst mal. Ich glaube, ich hatte auch einen K.O. zu Hause, ich Granate, Robert. Ah, die werden da oben schon warten. Da liegen nur auf dem Lieden, da würde ich nicht hochgehen. Eingetroffen mit dem Ding. Wir brauchen einen Passport. Schnellye Partnumber brauchen. Ich kann mal diesen K.O Uhr den Fall Nein, wir haben im Moment noch keinen Discord-Server, aber probieren wir mit demnächst mal. Nein, noch einer. Ah, der ist draußen gewesen. Die Granate wirft er noch, das ist ja schlecht. Bin tot, wirft meiner noch die Granate. Ist nicht sein Ernst hier mit dem Riot-Shield, ey. Oh, mein Sohn. Fuck, ey. Braucht keine Arme. Ja, komm schnell hin, ruhig drücken. Kannst du nochmal? Einmal, ja, kommst du nochmal hin. Ja, einmal komm ich nochmal hin. Tja, wo landen wir denn jetzt? Ich würde mal warten, wie die Zone sich verändern kann. Draußen, wo, hier sind sie schon überall. Gibt es einen Untergang irgendwo? Ach, ist sie geil. Oh, schön. Dann sterbe ich. Geh unten rein, in die Kanalisation hier. Gut. Sieht erstmal gut aus. Mörserschlag gefunden. M13B liegt hier noch rum. Ja, probiert es jetzt so, ich schaffe es. Ja, dann kannst du da oben an, erstmal. Stark, 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 stark. Jetzt natürlich jetzt, jetzt wäre es schön, wenn wir einen Schopf hier rein. Okay. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass die hier nicht kommen. So. Da bestimmt gleich was. Denken wir auch. Da bestimmt sind selben Einfallen wie wir. Controller ist nicht so einfach auf jeden Fall. Früher auch immer mit Tastatur gespielt, aber schon seit Jahren nicht mehr. Feinde landen im Einsatzgelicht. Ich werde gleich mal den Cluster hier raushauen. Ich werde gleich mal den Cluster hier raushauen. Das ist ganz ehrlich. Hat noch irgendjemanden gesehen? Ich habe gefragt, was der hier ist. Ne, sei doch das Problem. Flash. Nehmen wir noch Armonition, aber du hast doch gesteilt, ey. Da haben wir auch noch was zu tun. Hier ist nötig. Wir können hier bleiben, oder? Wir können hier umgehen. Soll ich den Cluster jetzt schon zünden, oder noch? Wollen wir den noch behalten? 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 Wollen wir den auch, glaube ich, bis die Zone sich verengt? Noch einmal. Ja, aber dann bist du halt auf einem offenen Feld. Das wollen wir erstmal mehr, weil jetzt können sie noch im Haus bleiben. Ja. Ja, das stimmt. Das ist nirgendwo eine Warte mit Kastorf. Ja, aber wie? Das ist nirgendwo. Ja, aber wie? Das ist nirgendwo. Ich trifft mich natürlich in meiner eigenen Klasse. Ach ja, hör doch mal auf. Ich trifft nur mich wieder. Wie immer. Geil. Kommt einer unten rein bei dir, David? ist sogar noch der shop da aber er geht jetzt weg drei einzelne er muss jetzt zu dir muss dir entgegen kommen der feil geworfen Bomben eine Runde, oder was? Ja, mit dem Hofmesser So bin ich im Ernst, ey Kann der wohl nicht verrasern, ey Das ist ja der größte Witz überhaupt, ey Aber das passt ja wirklich aktuell zur Form So frechne Krach Ich auch nicht Oh ne, ey Das ist nicht schlecht, ey Krass